Ah. Ach, das muss hier alles warm bleiben, oder wie? Was ist das? Oh, nice! Das ist gut. Äh, werden wir direkt mal nutzen, weil ich hab nicht mehr viel Shotgun-Munition. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. So. Da liegt noch was. Oil Additive. Ah, das muss ich bestimmt mit dem Öl mixen, was ich, äh, in meiner Kiste drin hab. Ich hoffe, die Sequenz wurde jetzt nicht frühzeitig abgebrochen. Bist du doof? Wo willst du denn hinschießen, Junge? Oder Mädel? Wo auch immer. Ich nehm mir erst mal einen Schritt zurück. Das bleibt noch ein bisschen so, ne? Nein! Mach doch keinen Scheiß, Junge. Ach, Gott. Oh, ne Rockerbrot. Oh, Scheiße. Okay, ich muss, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ja, das war aber auch wirklich dumm. Also, jetzt komm ich nicht an, jetzt komm ich zur Tür ran. So, meine Fresse. Das war dumm, weil, äh, der nämlich nicht den Vorderen, das Vorderenventil angeklickt hat. Dumme Drecksau, echt. Auch noch welche? Überall sind welche. Schnell weg, 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 weg. Mach hinne! Ups, Entschuldigung. Mein Fehler. Brrrr, ich will hier nur, ich will hier einfach nur raus. Schleib mich mal vorbei, ne? Oh! Too bad it's broken. Ist ja egal, mit! Joach. Entschuldigung. Ja, komm, dich packen wir mal aus dem Weg. So, sieht's aus. Gut, du bist tot. Ah, hier ist auch noch einer im Foyer. Foyer, Mini. Gut, okay, also, Öl hätten wir jetzt schon mal. Ähm, ich denke mal, ich werde es auf jeden Fall mixen müssen. Das waren auch die, die wir vorher hier gesehen haben, sind hier durchgebrochen. Habe ich verstanden. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Okay, der kann ich auch nicht anvisieren. Ich muss nur noch mal schauen, wenn ich mal mehrere Gegner habe, wo ich ein bisschen Zeit habe, ob das mit diesem Ziel durchschalten funktioniert mit L1. Ist jetzt erst mal nur eine Hypothese, die ich aufgestellt habe, auch wenn mir das wahrscheinlich schon 300 Mal gesagt worden ist. Mal ganz kurz so mein Headset-Kabel und Controller-Kabel entwirren. So, gehen wir jetzt trotzdem erstmal mal hier lang. Oder? Soll man das tun? Ich weiß halt nicht, was ich hiermit machen soll. Check. Was haben wir denn da? Square Edge Quank. Okay. Was haben wir denn? Ähm. Aber sehr viel gebracht hat mir das jetzt bisher nicht, muss ich sagen. Puh, Entschuldigung. Aber ich wüsste jetzt auch gerade nicht, was ich damit anfangen sollen würde. Ich gehe doch wieder zurückkommen. Erst mal in den Safe-Room und dann gucke ich mal, was passiert. Das heißt, da habe ich jetzt das Kabel. Ich habe das Öl. Wahrscheinlich. Zumindest. Oh. Nervt mich doch nicht. Jungs. Gehe ich jetzt gerade wieder den richtigen Weg? Ich habe keine Ahnung. Oh, gehe ich jetzt weiter zurück? Ich weiß es wirklich nicht. Kurz checken. Natürlich gehe ich den falschen Weg. Sind die Zombies noch da? Nein, ne. Die sind bestimmt alle schon weg. Wo seid ihr überall? Okay. Ja, okay. Das liegt voll klar. Gehen wir hier wieder zurück. Nein, die Sicherung brauche ich noch. Ach, muss das sein. Ja, ich hau mal ab. Bist du jetzt Wahnsinns? Ich hau ab. Ich hau ab, wirklich. Kamima. Äh, die Frage ist nur, wohin geht's gerade. Ich will in den Safe-Room gehen. Oh Gott! Ist so eine Rakete auf mich geflogen. Die hat mich nicht erwischt. Nein, nein. Noch habe ich ein paar Farbänder dabei. Das heißt schon wieder zwei Sachen, womit ich jetzt gerade einfach mal nichts anfangen kann. Ähm. Gucken wir mal. So. Wo ist der Öl? Da ist der Öl. Ganz gediehen. Zack. Kombine. Flupp. Ja, guck mal, sieht doch schon mal komfortabel aus. Mixed Oil. Oil mixed with the oil additive. It can be used for the power source of the large size machine. Okay. Eine Batterie brauche ich noch. Von der Kurbel brauche ich. Also die Kurbel habe ich gar nicht nichts mit anfangen. Den Teller habe ich gar nicht nichts mit anfangen. Gott, Gott, Gott. Ich weiß es. Ist die nicht so einfach. So. Genau. Dann packen wir die nochmal zusammen. Dich wollte ich noch haben. Dich packe ich mal weg. Dann abspeichern können wir eigentlich auch. Ich brauche noch Heilung gleich. Nehmen wir dich mit. Ach komm, wir haben noch das Blaue. Dann packen wir auch noch mit rein. So, so, so. Zack. Aber wieder eine super Mix. Sollen wir es einfach nochmal versuchen mit Nemesis? Ich weiß ja nicht. Die Frage ist, kann ich den Raketenwerfern ausweichen oder nicht? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wir versuchen es einfach mal. Komm. Mit der Shotgun. Die Frage ist aber auch, wenn ich jetzt Waffen bekomme, ne? Wo kriege ich die Munition her? Wo bist du denn? Ja, ist der Weg oder was? Wie du willst. Ich könnte natürlich jetzt wieder zurück zum Zug ran. Da ist wahrscheinlich auch der Sargent hin. Oh, motherfucker, boom. Ich weiß noch keine Ahnung, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Ja. Sieht gut aus. Oh, Gott. Oh, okay. So, okay. Schauen wir mal. Nein! Das ist so erbärmlich. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie ich gegen dieses Viech ankommen soll. Also nicht mit den Sachen, die ich jetzt gerade habe. Also mit weglaufen. Warten, bis der dann kommt und sowas. Das klappt ja offensichtlich nicht so gut. So ein bisschen auf Entfernung dazu machen. Hm. Vor allem, ich will einen Raketenwerfer in der Hand, hat der Sack. Oh, Mann, 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 ey. Hm. Hm, hm. Nein, wenigstens habe ich jetzt mal woanders gespeichert. Ja, ich gehe einfach mal zurück zum, äh, ich nehme auch direkt alles mit. Ich nehme das Power Cable mit. Ich nehme, äh, das Öl mit. Was weg ist, ist weg. Ich denke, dass ich auf dem Weg dahin nicht allzu viel finden werde. So, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Tada. Vorzeug, ich kann nicht nichts anfangen. Ja, Heilung habe ich, eine habe ich notfalls noch frei. Sollte ich irgendwas Tolles finden, aus irgendwelchen Gründen. Nee, ich töte den nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie, wie gesagt. Ich könnte eigentlich mal trainieren, ne? Also, weil eine Möglichkeit wäre, wahrscheinlich, tatsächlich die ganze Zeit einfach hin und her zu latschen. Hin und her zu rennen und zu gucken, äh. Ja, dass der mich dann nicht trifft. Wenn er auf dich zukommt, einmal ausweichen. Weglaufen, schießen, ausweichen, weglaufen, schießen. Ne? Nach dem Motto. Würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Nur mit dem Raketenwerfer. Da ist, da habe ich gerade nicht stieg, wie ich das, wie ich dem ausweichen soll. Und vor allem, wenn es um Ausweichen in Spielen geht, ne? Und um Kontern und sowas. So, gerade so, halt, Action-Kracher, ne? Das kann ich eigentlich ganz gut. Das ist das Schlimme. Oh, weg mich. Aber hier kriege ich das überhaupt nicht hin. So, okay, das war der Weg. Ich komme jetzt wieder aus dem Himmel gefallen. Ja. Er ist zumindest da. Woher der jetzt genau kam, weiß ich nicht. Aber man hat es an der Musik gehört. Ich weiß nicht, dass hier keine Hunde sind. Aber ich höre schon. Oh, Kren. Das ist neu. Brut. Ja, super. Äh. Climb up. Ich versuch's mal. Was ist denn da passiert, sag mal? Was? Darf ich da jetzt reingehen? Du musst ja jetzt irgendeinen Grund gehabt haben. Ist immer ohne Scheiß. Jetzt jump auf, dann wäre ich da unten gelandet. Was wäre da unten gewesen? Hm. Vermutlich einen Weg, äh, in die Kanalisation. Und dass ich dann vielleicht irgendwie wieder zurück ins, äh, sag schnell, ins Restaurant gekommen wäre. Über Umwege. Natürlich hätte ich da auch geile Sachen finden können, ne? Ah, deswegen weiß ich, dass du eine gute Entscheidung hast. Ach, egal. Aber was soll in der Kanalisation schon liegen? Außer Dreck. Pflanzen wahrscheinlich ohne Ende. Moos. Ach, ja, ja, gut. Nee, 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 nee. Nein! Das nervt mich nicht. Und fang du nicht an zu humpeln, Jill. Könnte ich mich gar nicht leiden. Ach, okay. Wo ist der Carlos jetzt eigentlich hingegangen? Der wollte eigentlich nur Ausrüstung sammeln gehen, ne? Hab ich die hier getötet? Nee, ne? Eigentlich kann ich mich da jetzt gerade nicht so dran erinnern, um echt zu sein. Also beim ersten Mal ja, aber... Achso, was wir mal... Mal gucken könnten... Jetzt sind sie wahrscheinlich da. Ja, was wir mal gucken könnten, wäre... Oh, ich hab wirklich richtig gesehen, dass wir da ne Batterie brauchen. Was ist hier? Irgendeine Konsole oder sowas? Oder wir wären hier rüber wieder zurückgekommen. Aber vielleicht kann man es ja auch irgendwie ankurbeln. Ah, hier, die Battery. Ja, super. No Power Supply, okay. Scheiße. Das hab ich selten bei Spielen, wirklich. Dass ich Sachen hab, wo ich nicht weiß, wo sie hin müssen. An anderer Stelle aber weiß, was ich bräuchte, das aber nicht finde. Das ist ne... Ne sehr interessante Mischung hier, auf jeden Fall. Ah, ne, Entschuldigung. Falscher Weg. Wie gesagt, der Teller, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Die Kurbel, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Mit Öl und Kabel weiß ich zwar. Oder hab zumindest ne Vermutung. Aber, ähm... Achso, jetzt war das Feuer. Stimmt. Kann ich vielleicht hier in dem Pressegebäude irgendwas... ...ankurbeln, dass Wasser kommt oder so? Dass das Feuer gelöscht wird? Ja, ne, glaub ich nicht. Würde ja auch irgendwie keinen Sinn machen. Und selbst wenn, dann hätte ich mit irgendwas interagieren können. Von wegen, oh, hier ist ein viereckiges Loch. Wo man vielleicht was reinschieben kann. Äh, schwiege ich nochmal weiter? Ja, perfekt. Da muss ich auch lang. In das Restaurant musste ich nicht mehr. Oder, okay, da könnte ich höchstens vielleicht nochmal... ...die Kanalisation erkunden, aber... ...die Kanalisation erkunden, aber...